Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt nur so ein ganz kurzes Infovideo, weil jetzt ist ja schon seit über einer Woche, glaube ich, nichts mehr hier gekommen. Also ich bin auf jeden Fall nicht tot, das ist hiermit schon mal bestätigt. Ja, also ich wollte nur sagen, mein Kanal, mein neuer Kanal, den ich ja schon in dem anderen Video erwähnt hatte, für kommende Let's Plays und kommende Gameplays, ist jetzt online. Steven Spielt ist der Name, genauso wie ich es auch schon im letzten Video erwähnt hatte. Ja, oder vorletzten Video ist es sogar. Im letzten war es ja irgendwas mit dem DualShock-Controller. Egal, also der Kanal ist jetzt online, könnt ihr mal in der Beschreibung gucken, den Link und da mal vorbeischauen. Ich werde mich jetzt auch gleich dran machen und das GTA-Let's Play beginnen, weil ich meine, wenn man auf einen leeren Kanal geht und den womöglich noch abonniert, das ist ja nicht so prickelnd. Deswegen werde ich mich da jetzt gleich mal dran machen, auch wenn es gefühlte 70 Grad Innentemperatur hat. Ja, kann ich jetzt nichts dran ändern. Gut, ich bin zumindest froh, dass ich nicht auf Gamescom war oder so. Also gut, auch wenn das da womöglich klimatisiert ist, ich weiß es ja nicht. Die Menschenmassen werden die Temperaturen dort wieder angehoben haben, schätze ich mal. Ja gut, also heute heißester Tag des Jahres, so Breaking News und so weiter. Ja, also soviel zum neuen Kanal, da kommen dann zukünftige LPs und Gameplays und alles so. Also ab sofort seid ihr auf diesem Kanal hier verschont von langweiligen Gameplays, die euch sowieso nicht interessieren, weil ihr mich ja wegen anderen Sachen vielleicht abonniert habt. Also wenn ihr in das Video jetzt guckt, ihr, die ihr meine Let's Plays nicht guckt. Ich hoffe, der Satz war so richtig. Ja, ansonsten mache ich mich übermorgen dran, euch das Video vorzubereiten, wie man hier diese LED in den Controller einbaut von der PS3. Kommt auch nächste Tage, werde ich mich mal dran setzen. Und ja, ansonsten kommen hier dann ab sofort nur noch meine üblichen PS3, PS Vita, iPhone und sonstigen Videos. Also eigentlich alles, was mir gerade so einfällt. Und ja, ihr könnt mir Nachrichten schicken oder so im Übrigen. Wenn euch Ideen einfallen zu irgendwelchen Videos, die man machen könnte und ihr selber sie nicht machen wollt oder ihr mir einfach Ideen schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich machen. Auf YouTube einfach eine Nachricht schreiben. Aber das macht, glaube ich, sowieso keiner, also ist das jetzt ziemlich sinnlos zu sagen hier. Ja, ich werde jetzt hier genau dasselbe Video nur mit anderen Themen nochmal für den neuen Kanal machen, das dann auf dem neuen Kanal hochgeladen wird. Also, ihr könnt mal in der Beschreibung gucken, neuen Kanal so auschecken und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr ja da mal so drauf rumgucken. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wir sehen uns dann hier auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Das dürfte dann, wie gesagt, das Controller-Video sein. Und ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen und ich bin auch schon fast bei drei Minuten. Deswegen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.